So, da sind wir wieder in der zweiten Folge von It Takes Two. Wir haben das letzte Mal hier Schluss gemacht an der Stelle. Und ja, jetzt bringen wir hier mal so die Wand hoch und ich rutsche wie so ein fetter Käfer einfach wieder nach unten. Weil du ein fetter Käfer bist. Nein, hallo auch von mir. Wir kommen zur zweiten Folge. Und es macht so einen Spaß, das Spiel bisher. Also wirklich, Leute, es macht einfach Spaß. Guckt mal, wie wir runde Rutschen. Wo müssen wir denn hin? Ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen da rüber. Du hast einen ganz anderen Kamera-Ausschnitt als ich teilweise. Du hast irgendwie, du hast mehr Weitsicht. Hä? Wie bist du jetzt da? Einfach hier runter. Achso, du bist wieder dahin, wo wir her... Nee, du kommst hier runter. Warte. Ich hab grad irgendwie leicht die Orientierung verloren. Ja, ich merk. Hier ist ein Knopf. Aber den können wir nicht drücken, weil da kommen wir nicht ran. Oh, hier geht's rein. Bisschen dunkel. Das ist so süß. Cody. Warte auf mich, Cody. Ah, May, ich bin hier. Mit Angst allein im Dunkeln. Du wirst dich von mir scheiden lassen. Just time your jumps. Du kannst mich aber trotzdem beschützen. Ja? Okay. Juhu. 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 Moment, da war ich weg. Ich hätte halt nicht nochmal springen sollen. Nein. Ich war doch drüben. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, guck doch in mein Video. Da kommt's angefahren. Warum? Oh. Los. Los. Es schaut gut aus wie du da dran hättest. Warum macht er denn keinen Doppelsprung am Ende? Das ist doch reiflich nicht. Ich glaub, man braucht halt auch einfach keinen Doppelsprung. Nee, ich glaub auch nicht. Du musst halt nur ans äußerste Ende vom Blatt so. Und dann einfach springen. Ja doch, Doppelsprung war schon ganz gut. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo sind wir? Sind wir im Staubsauger? Nee. Wir sind doch irgendwo im Gartenschuppen, glaub ich. Das ist ein komischer Gartenschuppen, aber... Also ich kann das Rad hier drehen. Okay. Also einer muss drehen und der andere... Warte, ich dreh mal. Ah, dann kannst du dich dort rein... Warte mal. Hä? Warte, du musst weiter noch ein Stück. Warte. Oh, das ist ja mies. Oh, die Kabine... Warte, 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 warte. Oh Gott. Ich muss da drauf springen. Wait, alright, start spinning! Oh, nee, warte. Äh, nein. Ich bleib einfach so. Warte. Oh, du hast wieder einen größeren Bildausschnitt. Jetzt. Ja, ich glaub, das liegt daran, weil du drehst und in dem Sinne eh nichts machen kannst. Weißt du? Und ich, ja, ein bisschen mehr sehen muss. Okay, und jetzt? So, warte, was muss ich jetzt machen? Ein Buch? Okay, hier ist ein Knopf. Ja, toll. Ah, mich hält's nicht an. Nein, du musst dich festhalten. Du musst nur, nee, nee, du musst nur einmal dranspringen kurz. Also du musst dich nicht festhalten, der kippt von alleine. Oh, ich bin drauf gesprungen. Der hält sich gar nicht von alleine. Oh, nee, go, nee, go, nee, go, nee, go, nee. Der hält sich nicht von alleine, was erzählst du? Oh, ich bin nur drangesprungen, die hat sich von ganz alleine festgehalten. Siehst du? Ja, ich habe aber zweimal A gedrückt. Ich nicht. Einfach nur... Na ja. Hey, geil. Da ist der Staubsauger. Let's keep moving. We're getting closer to the top. Okay. Oh. Nein. Ah, okay, warte. Oh Gott, wie oft sterbe ich denn in diesem Schuh? Okay, das wird so nix. Okay. Nein, nein, nein. Oh nein, ich bin so doof. Ich bin so doof. Aber jetzt haben wir sie alle auf einer Seite. Nicht mehr. Entschuldigung. Aber jetzt sind sie wieder ausgeglichen. Jetzt brauchst du nur zickzack springen. Schaffst du. Ja, das ist noch easy. Ich lasse einfach die einen aus. Easy. Okay, hier ist ein Schalter. Der erste saugt der... Ah, warte. Ich muss... Warte. Wenn ich in der Luft bin, musst du wechseln. Genau. Wenn du drauf bist... Oh! Entschuldigung. Hä, aber muss ich? Warte mal. Du musst, glaube ich... Kannst du früher springen? Aber ich kann mit... Ich kann flitzen. Äh, auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Oh! Ja! Oh mein Gott. Das war aber mehr Glück als Verstand, oder? Ja. Naja, mir fiel dann ein, dass ich dich wahrscheinlich gleich weiterkatapultieren muss. Quase. Okay. Warte, ich bring das mal rein. Okay, eins. Zwei. Drei. Und noch mal. Oh mein Gott, das war genau so knapp. Ja, beim ersten Mal. Fast beim ersten Mal. Also, eigentlich beim ersten Mal. Kann man schon so sagen. Okay. Was ist das denn hier? Fliegende... Sind das Staubsaugerroboter? Ja. So Wischroboter? Oh, die sind ja süß. Oh, ich will auch so was haben. Die Geräusche, die die machen. Das ist so cool einfach, bis jetzt schon das Spiel. Was machst du da hinten? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab geprobt. Wo sind wir hier? Das ist das Innere. Was ist das? Das sind irgendwelche Stecker und... Wo bist du hin? Oben. Was ist das? Vor allen Dingen... Wer hat das alles hier hingebracht? Da sind wir jetzt nicht im... Nein, nein, der Staubsauger ist da drüben. Der ist hier drüben. Wir sind immer noch in der Werkstatt. Der ist hier. Was ist das denn? Keine Ahnung. Kennt man das? Irgendwelche... Ich glaube, das ist wie ein Server-Tower. Okay, warte mal. Da unten waren wir. Ah, warte. Einer muss hier drauf springen und der andere muss in den... Warte. So, dann gehst du... Ja, weil der saugt mich ja... Ah, warte. Nee, du musst hier in den Strom von mir springen. Naja, nee, nee. Ah. So. Jetzt kannst du, glaube ich, einfach... Muss ich in meinen hier rein? Nee. So. Wo sind wir da durch? Wo sind wir hier lang? Ich gehe von aus, weil... Hier war... Hier war nichts, ne? Nee. Das ist so cool. Wenn ich dich nicht sehe, sehe ich deinen Umriss. Damit ich weiß, wo du bist. Das ist voll cool. Ich habe hier... Ich kann Licht an und aus machen. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Lass mal an. Licht an ist immer gut. Hui. Was ist das für ein cooles Zeug hier? Schaum? Bauschaum? Bauschaum, ja. Würde ich jetzt pauschal sagen. Das fängt für mich irgendwie nach Bauschaum aus. Aber wer hat hier die Löcher reingefressen? Oh, hier ist was drin. Guck raus. Zeig dich. Nee. Zeigt sich nicht mehr. Kann da nichts machen. Toll. Oh, wir sind fast oben. Ja, es guckt, es guckt, es guckt. Es guckt. Ah, wie süß. Wo fliegen wir dann hin? Einfach hoch? Naja, ich würde sagen, wir probieren es einfach. Ah, hier rüber kommen wir. Hallo. Hallo. Okay, hier werden wir eingesaugt. Ja, und hier drüben geht es nicht weiter. Also wir müssen... Na dann. Hui. 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 Ach, du Schittenkram. Ich dachte, wir kommen einfach oben raus. Ich dachte es auch, aber nee. Hui. Oh, das ist so cool. Einfach. Der Controller vibriert die ganze Zeit. Ja, ja. Hui. Oh, musst du jetzt dort rein? Du musst hoch. Und dann? Ah, da drüben geht es dann weiter. Dann musst du rüber, dann musst du wieder umschalten. Bring mal. Siehst du? Ja. Sprich. Eins. Zwei. Drei. Nice. Okay. Äh, nee, warte, du musst jetzt mit dem Ding hier durchkommen. Okay. Was für ein Ding? Mit dem Drehding hier, oder? Wo muss ich denn hinpusten? Ah, ich muss hier reinpusten. Warte, da ist eins, wo ich mich draufstellen kann. Ah, warte. Warte. Das war so schnell. Warte. Das da, wo diese Plattform drauf ist. Ich versuche, vorsichtig zu drehen. Jetzt. Ja, okay. Musst du dich hier drucken? Pass auf. Nee, okay. Ja, ja, alles gut. Bin da. Ja. Cool. Sehr nice. Okay, also. Einer muss hier drauf erstmal, oder? Ja, warte mal. Erst der eine, den einen können wir rüber, einen können wir rüberpusten. Hier mit meinem Schlauch. Okay, warte. Ja, aber dann, wo kommt denn, wo musst du rein? Ach so, das stimmt, wir müssen es erst umdrehen, wir müssen hier eingesaugt werden. Ja, ja, eben. Warte. Darf ich mich einsaugen lassen? Klar. Hier ist. Bö. Was war jetzt? Hier ist das Ding hier, das ist raus. Warte. Ah, du musst hoch, du musst da oben reinspringen, oder? Ja. Und dann muss ich schnell davor rennen. Ja. Okay. Mit drin. Ja. Schafft. Sehr gut. Puh. So. Du müsstest jetzt automatisch bei mir rauskommen, wenn du dich dort einsaugen lässt. Ich komm nicht zu dir, glaube ich. Ja. Nee, warte, ich muss mich selber einsaugen lassen. Warte, hier ist aber ein Knopf. Ja, für... Oh, ich kann... Was kann ich hier machen? Warte, muss ich... Ah, warte mal. Da kommt eine Kulott. Du musst die da reinschießen. Ja. Noch eine? Was? Es passiert nichts. Also hier liegen noch welche, aber... Kann ich die irgendwie aufheben? Ich würde die ja... Wow. Ich weiß nicht, wie ich die Kulott hier nehmen kann. Was kann... Du kannst den irgendwie ansaugen mit deinem Schlauch dort? Oder was kannst du dort mit dem Schlauch? Ah ja, warte. Genau. Hö? Ah. 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 Nein. Okay, die Plattform ist gleich unten. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Nee. Gibt es noch mehr Bälle? Wild brauchst du noch? Ah, nee, wenn es keine mehr gibt, scheint es ja fertig zu sein. Aber wie komme ich... Nee, also warte, ich glaube, ich kann noch. Oder? Nee. Nee, deiner saugt ja nicht mehr, oder? Aber wie komme ich jetzt rüber? Du musst erst über die Plattform. Und da... Warte. Ach, warte, ich kann hier lagen. Nee. Ah, wir müssen es gemeinsam hinterschieben, das Ding. Ah, okay. Das ist echt cool gemacht. Kannst du nicht... Kannst nichts sagen. Bossfight! Ja! 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 Du legst mich weg und weg in hier! Jetzt werden wir beide sterben! Nein, warte! Ich kann dich immer wiederholen. Ich kann dich wiederholen. Nein, mehr lies! Nein, nein, nein! Sie ist richtig! Sie ist ein Ingenieur! Ein wirklich guter. Du bist, du bist sehr gut. Ha! Hey, Matthew! Are you really gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him! Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X 2000! A pretentious French, Matthew! You can't even suck, Proppelay! Proppelay! I'll show you who's the best sucker! Okay, I'm out of here! See you later! Good luck! Na klar, jetzt haut er einfach mal ab. Ähm, wir müssen, glaub ich, dem Saugen ausweichen, oder? Äh. Oh, what? Ich liebe aber, by the way, diesen britischen Akzent. Ich find das so verkördelt. Ah, einer muss da hoch! Dann geh du! Kannst du? Kannst du? Kannst du? Warte mal! Nee, warte! Warte! Was ist das hier? Das ist schon... Okay, geh. Oh! Hier, er macht hier... Achtung! Einer! Wo müssen wir hin? Einer muss, einer muss unten einsaugen und einer muss oben. Ich bin oben! Okay, ich bin unten. Ich saug unten. Und? Wir schießen! Jo! Getroffen! Sehr gut! Oh! 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 Das war knapp! Oh! Äh... Aber... Ich bin nur kurz gestorben! Wow! Ich hab gleich wieder! Oh, das ist ja gemein! Kommst du wieder und... Okay, ich geh wieder hoch! Okay. Äh... Hier festge... Stuck... Fackt. Oh yeah! Der hat gesessen! Aua! Äh... 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 Entschuldigung. Ähm... Was... Was macht der hier? Der... Feiert Kavi hier. Ich geh wieder hoch! Wenn's okay ist! Ja! Mach mal! Jaaaa! Okay, wir haben ihn fast! Uah! Er hat mich aber auch verstanden! Und er spuckt! Was... Was auch immer er hier spuckt! Ich bin grad vollkommen zu einem Stein erschlagen worden! Ich hab mich erschrocken, weil mein Mann gerade hier war! Entschuldigung! Okay, letzte Versuch vielleicht... Also letzte... Aktion hier oben! Ähm... Nein! Äh... Oh, ich komme! Entschuldigung! Jaaaa! Oh, wir müssen bei ihm was machen! Was? Die Augen? Oh! 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 Das Beste! Oh, oh! Oh! So jetzt war die蛋 wieder hier! Hey, wir haben unseren ersten Boss besiegt. Ich bin zwar zweimal gestorben, aber egal. Das zweite Mal gebe ich auf die Schuld von meinem Mann. Der hat mich so erschrocken, dass der auf einmal hinter mir stand, dass mich dieser Steinbrocken gefrucht hat. Naja, du akzeptierst. Wo sind wir denn jetzt aber wieder? Einen wir hier schon? Das hier ist doch der Staubsauger, oder? Ach ja, stimmt. Nee, das hier ist nicht der Staubsauger, das ist doch gut. Aber das hier sind die Saugroboter auf dem Kopf. Ja, ja. Einmal komplett das Gartenhof zerstört. Oh, look! It's Rose! 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 Honey! Rose! Rose! She can't... She can't hear us! Oh no. How are we gonna get over there now? I can help! What? What was that? Who was it? I don't know. Over here! Look! I know the way! Come on. I'll take you there. I'll take you there if you help me save my friends. What friends? My tool friends! We used to be important and taken care of, but that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes! Yes! That heartless woman! Do you know her? Well... No, he doesn't! Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive! Slowly! Look, Hammer! Some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay. It's a deal. Pick me up. Okay. Now go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay. Here goes! Whoa! Where did it go? Just whistle. What? Really? Ho! Cool. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Hey, look. It's alright. Puh. Okay. Wie, wie, wie hast du dir jetzt den Hammer aufgeklebt? I don't want it in my eye. Okay, well don't drop that hammer on my toe. Don't worry, I know how to handle tools. Oh yeah, well me too. Okay. 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 Just be careful. Ich kann Nägel werfen. Okay. Okay. This is so satisfying. Yeah. Äh, okay, ich dachte, wir müssen nach oben schon weiter. Wir können ja hier... Hier musst du draufhauen, oder? Ja. Oh, oh! Äh. Okay, nee, warte, das kann nicht richtig sein. Nee, ich muss mich hier hinstellen. Warte, da muss ich aber drüben rüber, oder? Ja, du musst rüber. Und dann musst du da drauf springen. Okay. Oh nein, ich... Ah, ich muss den Nagel dort oben... Ja, du musst den Nagel da reinschmeißen, okay. Ist drin. Nicht runterfallen. Ah. Warte mal, ich kann da... Kann da irgendwie anscheinend ran? Okay. Hä, warte, da muss ich aber auch, oder? Nee, nee, ich glaub, ich muss dich dann irgendwie rüberholen. Ach so, weil das... Ach so, ich vergesse mal, dass du die blauen Markierungen hast und ich die grünen. Okay. Okay, du musst jetzt den Nagel da reinschmeißen. Oh, neilsamme? Dort hinten, in das... Ah, hier, wo ich stehe. Ja, genau da. So, oder? Okay. Ich glaub, jetzt musst du deinen... Genau. So. Also, ich kann jetzt... Du musst ihn hierhin, hierhin, in das kleine Gelbe. Okay. Ah! Weg war sie. Gar nicht so leicht zu sehen. Wow. Wo man hier hinspringt. Warte mal, hier ist ein Nagel. Ach so, warte... Okay. Du kannst... Genau. So. Neu Nagel erhalten. Okay, warte mal. Und jetzt? Guck gerade hier. Wir müssen hier... Kannst du... Nee, da kannst du ja nicht hin, den Nagel, ne? Hier sind ja Bretter im Weg. Kannst du irgendwie das Ding hier... Ah, du musst auf das Ding dort hauen. Guck mal, die Zahnräder. Ach, da, ja, da, 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 da. Okay. Okay, oder? Okay, oder? Ja, du musst, glaub ich... Oh, du musst... Go easy on me! Ja! Gut. Hier. Dann musst du... Also, ich hab jetzt zwei Nädel. Ja, du musst die jetzt quasi hier irgendwie reinmachen, glaub ich, weil... Ah! Ah, okay. Ah, ja. Okay, warte. Aber wir müssen beide reinmachen. Ja, ja. Den anderen hier. Den anderen hier. Perfekt. So. Das ist so cool! Ja. Verdenkt sich sowas aus, ey? Ist mir egal. Hauptsache ich kann's spielen. So, Nägel sind zurück. Ich finde das Geräusch so cool, wenn du mit dir... Blop-blop-blop. Klouw! Oh, oh, oh! Es gibt keinen Vergleich zur Verfügung. Die Herausforderungen der sich auf combustionen. Was ist das, was du mit ihr? Ce lernst du nicht allein uns separieren? Wenn du bereitstellt einen Herausforderungen Byeklaas, behebendetst du einiges ganz anderes. So, remember, when you hear this sound, follow it, keep following it, and you will find the challenge you seek. Welcome to your first couples challenge. Win or lose. You must do it together. Oh, es ist Howden, wie heißt das? Howden, Willi, Lukas? Lukas, glaube ich, heißt das. Das war die erste Challenge. Na da. Ja, das ist dieses, ich muss irgendwo rausgucken. Hey, aber was muss ich drücken? Ah, okay. Ah, einfach nur steuern und ich, ich muss... Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Ich liebe es jetzt. Let it go. Hey, super sick. Das ist gar nicht so leicht. Du kannst doch nicht helfen. Ich bin grad sehr froh, dass ich einen neuen Controller habe. Das ist gemein, du häperst ja ununterbrochen. Wie du schon mal rausgucken? Das ist total geil. Au. Alter! Aber du gewinnst, weil ich immer nur so kurz rausgucke. Wie sie... Guck mal, ich krieg halt keine Punkte. Jetzt hab ich dich nicht gesehen. Ja. Jetzt hol's aber auf, ihr. Im Stream gibt's die Revanche. Ja. Au. Du musst nur noch einmal treffen. Ja, weil das... Ah. Ich bin der Champion. Howdy gody. Willst du nochmal? Nee. Können wir das später nochmal machen? Ich weiß nicht, ob wir das später nochmal machen. Ich glaub nicht, also ich glaub, wenn dann... Okay, dann machen wir's nochmal. Ja. Okay, einmal noch. Wir machen jetzt noch einmal und dann können wir ja die Folge aufwenden. Stimmt. Okay. Oh, es geht hier super los, ey. Du bist... Mann, du bist so schnell! Wir sind gemein! Komm, ich muss halt ne Weile draußen bleiben, damit ich Punkte kriege. Ja. Das geht gar nicht. Simple. Cool. Ich glaub, es ist auch leicht zu hauen. Bis ich draußen bin, hast du mich halt schon gehauen. Egal. Das ist gar nicht... Aber das ist... Easy! Easy! Süßes! Okay. Also ich glaube, es ist halt tatsächlich auch leichter, wenn du oben drauf stehst und einfach nur zu hauen. Ja. Als da unten raus zu gucken. Gut! Aber es ist schade, dass man hier nicht mal die Rolle so tauschen kann. Aber im Stream. Ja! Im Stream klopfst du mir dann... Dann mach ich dich alle! Klopfst du mich weg, ey! Ja! Ja! Dann würde ich sagen... Ja! Ende! Ende für Folge Nummer zwei! Ja! Chat! Äh, nicht Chat! Entschuldigung, wir sind ja gar nicht im Stream! Also quasi Chat! Quasi Chat! Wie findet ihr das Spiel bisher? Schreibt es mal in die Kommentare! Ja! So optisch und so vom Spiel an sich her... Ich bin so gespannt, was noch auf uns wartet! Ja, wir sind ja gerade immer noch aus deinem Anfang, ne? Also... Ja! Hi Cody! Hi! Na, was geht das? Ah! Bin ich sicher, dass wir uns scheiden lassen wollen? Du standest quasi in mir! So! Aber... Wir machen Schluss für heute! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Und bis dahin, äh, macht's gut! Bleibt gesund! Tschuuu!